قَالَ وَشُرُوتُهُ أَتَّكْلِيفُ Seine Bedingungen, dass der Vormund auch als Vormund gilt. Was sind die Voraussetzungen oder was sind die Bedingungen hierfür? قَالَ أَتَّكْلِيفُ Die Rechtsfähigkeit. Jemand, der bei Verstand ist, der erwachsen ist. Und es gibt noch andere Voraussetzungen, die gleich genannt werden. Er muss also مُكَلَّفُ sein. وَشُرُوتُهُ أَتَّكْلِيفُ وَالْذُكُرِيَّ وَالْحُرِّيَّ وَالْرُشْدُ فِي الْعَقْدِ وَاتِّفَاقُ الدِّينِ سِوَمَا يُذْكَرْ وَالْعَدَالَةِ Er sagte, die Rechtsfähigkeit, das ist eine Bedingung, dass es eine männliche Person ist. Die Mutter darf nicht ihre eigene Tochter verheiraten. Er ist frei und kein Sklave. Er geht beim Ehevertrag vernünftig vor. So, mit vernünftig ist gemeint. Er achtet darauf, was ist am besten für meine Tochter oder für die Frau, die ich verheiraten möchte. Er setzt sich für sie ein. Die Religion ist dieselbe, außer was noch erwähnt wird. Also er muss Muslim sein. Wenn er kein Muslim ist, darf er... Die Tochter ist Muslima und er ist kein Muslim. Er gilt nicht als Vormund. Der Vormund muss auch ein Muslim sein. Dann sagte er, und die Gerechtigkeit, dass es jemand ist, der gerecht ist oder der glaubwürdig ist. Und die Frau darf sich nicht selbst verheiraten und auch keine andere Frau. Sie kann nicht sagen, ja, ich verheirate mich selbst, so wie es manche machen. Hier hat man eine der Bedingungen nicht eingehalten. Und die Frau, die Frau, die Frau, die Frau,